dieser Frage, was ist denn jetzt die Wahrheit? Also, wenn wir über die Wahrheit sprechen, was ist dann damit gemeint? Und damit ihr das versteht, es ist eigentlich sehr simpel. In der Mitte haben wir hier die Wahrheit und die Wahrheit sind quasi die Überschneidungen von drei wichtigen Faktoren. Das ist einmal Fakten, das ist einmal die Logik, also sprich, Fakten sind das, was wir auf den Tisch legen können, das, was wir wissen. Dann natürlich die Logik, also quasi, wie verbinden wir diese einzelnen Punkte zusammen mit unserem logischen Verstand, dass es auch nachvollziehbar ist. Und das Dritte sind die sogenannten Experimente, also quasi, wie kommen wir auf die Fakten? Wir machen verschiedene Studien sozusagen. Die Studien liefern Fakten, die sagen, hey, guck mal, Studie A, B und C hat Ergebnis A, B und C rausgebracht. Und dann kommst du mit deinem menschlichen Verstand, mit der Logik und sagst, okay, wenn ich also A, B und C habe, dann führt es mich zu dem Ergebnis, zu dem ganz klaren Ergebnis, dass X und Y, ja, das Endergebnis davon ist. Und daraus entsteht dann diese Wahrheit. Wenn wir also von Wahrheiten sprechen, dann ist immer damit gemeint, dass dahinter Fakten stehen, die man aus Experimenten oder Studien oder Versuchen herausgefunden hat und wir sie dann mit unserer Logik, durch unseren gesunden Menschenverstand, einfach diese Punkte nachvollziehbar für jeden, ohne dass dann Leute sagen, ja, okay, ich verstehe jetzt nicht, wie du von Punkt A auf Punkt B kommst, weil irgendwie steht hier irgendwas anderes, dass wir diese Punkte verbinden und entsprechend haben wir dann das, was wir Wahrheit nennen. Wichtig, wichtig, nur damit ihr auch das nochmal so ein bisschen mitnehmen könnt. Diese Wahrheit ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Diese Wahrheit kann sich auch verändern, wenn natürlich eine der Faktoren sich hier verändert, vor allem das Experiment und die Fakten. Deswegen sage ich auch immer wieder, verändert sich irgendwas davon, wichtig, dann verändert sich auch die Wahrheit. Das muss sich auch bewusst sein. Das heißt, deswegen sage ich auch manchmal, wenn zum Beispiel die Evolution einen Sprung nach vorne macht und auf einmal gibt es gewisse Faktoren, die keine Rolle mehr spielen, dann verändert sich auch die Wahrheit. Was, jetzt wichtig, keine Rolle spielt, also was die Wahrheit angeht, also was irrelevant für die Wahrheit ist, sind diese Faktoren hier. Also, Relativität, also wie setzt du irgendwas zueinander, Meinung, deswegen sage ich auch immer, es ist nicht meine Meinung, Emotionen, deine Ansicht, persönliche Gefühle und Moral. Das, diese sechs Sachen, die hier unten stehen, haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Denn das hier unten, das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist deine Wahrheit. Wie sehe ich im bestimmten Verhältnis Sachen zueinander? Was ist meine Meinung? Ich denke, das ist ja immer das, jedes Mal, wenn vor allem mich jemand versucht zu kritisieren, also kritisieren tun sie es ja nicht, aber wenn jemand kommt und mir das Gegenteil beweisen möchte und der Satz mit, also meiner Meinung nach, oder ich glaube, dann weiß ich schon, ich brauche gar nicht mehr weiterzulesen, weil es ist irrelevant, was du glaubst oder was du denkst. Genauso wie persönliche Gefühle. Ja, das, was du sagst, dabei fühle ich mich schlecht. Das verursacht negative Gefühle in mir. Scheiß auf deine Gefühle, deine Gefühle interessieren niemanden. Weil deine Gefühle nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Deine Gefühle und deine Emotionen werden meistens getriggert von deinen eigenen Weltansichten. Deine Ansicht. Du hast, deswegen zum Beispiel, jeder hat eine unterschiedliche Ansicht zu bestimmten Sachen. Und je nachdem, welche Ansicht du hast, entsprechend entstehen auch verschiedene Gefühle. Manche nehmen bestimmte Sachen extrem persönlich, manche gar nicht, obwohl es dieselbe Situation ist. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Es hat also nichts damit zu tun, was wirklich gerade passiert, sondern es hat was mit deinen Gefühlen zu tun. Und deine Gefühle sind irrelevant, wenn es um die Wahrheit geht. Die spielen keine Rolle. Genauso auch wie die Moral. Die Moral spielt auch keine Rolle. Also nochmal, wenn wir jetzt bei diesem Promiskultierthema bleiben, das wird nochmal später kommen. Moralisch gesehen, kannst du machen, was du willst. Wenn du als Frau sagst, hey, ich möchte Onlyfans und ich möchte jedes Wochenende mit einem anderen Typen ins Bett, hey, kein Problem. Aber die Wahrheit ist, es wird problematisch werden, wenn du das machst. Moralisch gesehen, das ist kein Problem. Niemand wird dich verurteilen, solange du nicht kommst und etwas haben möchtest. Weil dann spielt die Wahrheit eine Rolle und nicht die Moral. Die Moral übrigens ist gesellschaftlich. Also die Frage wäre jetzt, wer definiert die Moral? Die Moral wird immer von der Gesellschaft definiert. Mehr oder weniger. Doch eigentlich schon immer. So, also nochmal. Das sind die drei Punkte, die immer ganz wichtig sind, wenn wir über die Wahrheit sprechen. Also das, was Fakten sind. Also beziehungsweise, ja genau, was die Wahrheit ist. Und alles, was hier unten ist, Relativität, Meinung, Emotionen, Ansichten, persönliche Gefühle oder Moral, sind irrelevant. Wenn du also, damit wir jetzt auf den Punkt kommen, wenn du also kommst zu mir und sagst, ey, du pass auf, ich finde das und das nicht richtig, dann musst du hier mitkommen. Nicht hier mit. Wenn du hier mitkommst, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Weil ich sage, hey, Fakten. Bam, 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 bam. Hier sind die Akten. Ich werfe sie dir auf den Tisch. Hier sind die Beweise. Hier ist der blutige Handschuh. Hier ist das Messer. Hier ist die DNA. Hier sind die fünf Zeugen. Ähm, schuldig. Und egal, was du hier unten sagst, Ja, aber man kann es auch so sehr und meiner Meinung nach oder das fühlt sich jetzt aber schlecht an, den Mann zu verurteilen und moralisch gesehen ist es jetzt auch nicht richtig, weil ist egal. Interessiert keinen.